Am Donnerstag, vielleicht nochmal kurze Erinnerung, der EU-Gipfel heute trifft sich die Wiesegrad-Gruppe und über all das wollen wir sprechen mit Richard Sulik. Er ist Abgeordneter der Partei Freiheit und Solidarität im Europaparlament, wo er mit der AfD in einer Fraktion arbeitet. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Abschotten, Grenzen zu, ist das die richtige Lösung? Ja, es ist auf jeden Fall die einzige Lösung. Es ist nämlich so, die Europäische Union ist keine Solidargemeinschaft, sondern eine Vertragsgemeinschaft. Wir hatten verschiedene Verträge, diese wurden gebrochen, wie zum Beispiel Dublin oder Schengen. Und jetzt haben wir eben das schlechte Ergebnis. Wenn wir aber die Grenzen zumachen, verschieben wir die Probleme der Flüchtlinge im Grunde nur. Haben Sie denn eine Lösung, um Krieg und Elend der Flüchtlinge zu beenden? Ja, das schon. Und zwar diese Hotspots, das ist eine gute Idee, aber sie müssen außerhalb der Europäischen Union sein und nicht innerhalb. Und nicht nur für die Registrierung der Flüchtlinge und anschließende Verteilung über Europa, sondern die müssen dort abwarten, bis über deren Asylanträge entschieden wird. Und diese Hotspots, es muss mehrere geben, in Libanon, in der Türkei, in Nordafrika und so weiter. Das ist die Lösung. Aber Kriegsflüchtlinge nach den Genfer Konventionen, es gibt noch andere Konventionen, da sind Sie schon dafür, dass wir denen helfen und dass wir die in Europa aufnehmen und auch verteilen? Also nach der Genfer Konvention ist Krieg kein Asylgrund. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ganze Asylrecht, was wir heute in Europa haben, das wurde ja für Einzelfälle konstruiert. Wenn einzelne Personen verfolgt sind, wegen der politischen Einstellung oder wegen Religion und so weiter, das europäische Asylrecht ist nicht für eine Masseneinwanderung konzipiert. Das kann einfach nicht funktionieren. Wir sprechen ja aber auch nicht von Masseneinwanderung, sondern im Moment geht es eher darum, Menschen Schutz zu gewähren. Und das fällt sehr wohl unter die Genfer Flüchtlingskonvention. Ja, wissen Sie, das ist so. Von den 1,1 Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, sind nicht die meisten aus Syrien, sondern irgendwoher aus der Welt. Irak, Afghanistan, Nordafrika und so weiter. Das ist das Erste. Und das Zweite, noch einmal nach der Genfer Konvention ist Krieg kein Asylgrund. Syrien, Irak, Afghanistan. Aus diesen drei Ländern kommen die meisten Menschen, jedenfalls ein sehr großer Anteil, zurzeit Richtung Europa. Und noch einmal, es geht darum, Menschen ja Schutz zu gewähren. Das finden Sie nicht richtig? Ja, aber man muss diese Menschen nicht zu sich nach Hause holen. Man kann denen helfen dort. Man kann zum Beispiel die Flüchtlingscamps, die Flüchtlingslager in der Türkei, die kann man mitfinanzieren, die kann man sogar betreiben in Libanon. Die wären ja sogar dankbar dafür, weil sie dann weniger Kosten hätten. Das muss, die Hilfe soll schon geleistet werden, aber vor Ort, nicht hier in Europa. Das wird einfach nicht funktionieren. Herr Sulik, die Wiesegrad-Staaten, die sich ja heute treffen, die haben einen Plan. Die wollen die Grenze von Griechenland nach Mazedonien und Bulgarien schließen und dann auch möglicherweise befestigen. Das würde aber auch bedeuten, dass man Griechenland abkoppelt und möglicherweise sogar in ein richtiges Chaos stürzen würde. Wollen Sie das? Schauen Sie, Griechenland hält seine Verpflichtungen nicht ein. Das macht Griechenland schon seit Jahren. Nicht nur in den Geldfragen in der Eurozone, sondern eben auch, was den Schengener Vertrag angeht. Griechenland sollte aus dem Schengener Raum erst einmal ausgeschlossen werden, weil die einfach nicht in Schengen hineingehören. Und jetzt haben Sie gefragt, ob Griechenland in Chaos gestürzt wird. Naja, die haben eine große Armee, eine riesengroße Armee haben die. Sie müssen diese Armee einsetzen, um Griechenland zu schützen. Aber das müssen schon die Griechen selbst tun, weil momentan machen sie gar nichts und hoffen, Europa wird, wie die letzten sechs oder sieben Jahre, für Griechenland sorgen. Aber wie ich gesagt habe, Europa ist keine Solidargemeinschaft. Das ist ein Irrtum. Europa ist eine Vertragsgemeinschaft. Und da geht es auch sehr viel ums Geld. Uns hat Achim Griwart getwittert, es wird Zeit, dass die EU den unsolidarischen Wiesegrad-Staaten die Zuschüsse komplett streicht. Also schauen Sie, am allerbesten wäre es, wenn man die ganzen EU-Gelder in der ganzen EU und auch diese Agrar-Dotationen, wenn man die einfach ganz streichen würde. Die EU ist ja nicht in erster Linie dafür da. Die EU ist eine Idee, die auf dem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital beruht. Und da soll man sich dran halten. Und die Herren in der EU dürfen nicht, und auch in Deutschland, sollen nicht weiterdenken, dass man mit Geld alles lösen kann. Die Flüchtlingsfrage kann man mit Geld nicht lösen. Und die Sperrung der Grenze, so wie in Mazedonien und zwischen Mazedonien und Griechenland zurzeit, das ist einfach die einzige Lösung, egal, ob es jemandem gefällt oder nicht. Aber hat die Slowakei nicht auch ziemlich viel Geld bekommen als Neuling in der EU? Die Slowakei hat in der Zwischenzeit auch ziemlich viel Geld bezahlt. Wir haben schon einige Milliarden bekommen über die Jahre, das ist richtig. Wir haben auch einige Milliarden eingezahlt. Und weiterhin, wir haben zwei Milliarden für Griechenland bezahlt, völlig ohne Vertragsbasis. Einfach so haben wir im zweiten und dritten Rettungspaket für Griechenland zwei Milliarden Euro überwiesen. Des Weiteren bringen diese EU-Gelder viel Korruption in unser Land. Also wenn man diese ganzen Strukturfonds, wenn man die streicht, es wird nicht viel schlechter um die Slowakei bestellt sein. Wenn aber hunderttausende Flüchtlinge oder hunderttausende Flüchtlinge nach Slowakei kommen, dann wird das hier viel schlechter sein. Richard Sulik, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute bei uns im Morgenmagazin. Er ist Abgeordneter der Partei Freiheit und Solidarität im Europaparlament. Vielen Dank und ich bedanke mich. Schönen Tag noch. Ihnen auch.